Der große Preis von Ungarn wurde erstmals 1936 ausgetragen. Seit 1986 ist er einer der Grand Prix-Weltmeisterschaftsläufe der Formel 1 und wird seit dem Jahr 1986 jeweils auf dem Hungaroring durchgeführt. Die 1986 eröffnete Strecke mit einer Gesamtlänge von 4.013,786 m war der erste Austragungsort eines Formel 1 Grand Prix in einem Land des damaligen Ostblocks. 1989 wurde die Strecke um 45 m verkürzt, indem eine Kurvenkombination entfernt wurde, um eine zusätzliche Überholmöglichkeit zu schaffen. Der Umbau der Start- und Zielgeraden im Jahr 1997 verlängerte die Strecke auf eine Länge von 3,982 km. Im Jahr 2003 wurden umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt, bei denen die Strecke auf die aktuelle Länge von 4.383,08 m erweitert wurde. Ergebnisse 3 051,02cą 1 06ste 4 06o1,02c 6 08,13c 7 08,15c 7 08,15c 7 08,15c 7 08,150,200c 11 014c 10 08,15-14c 11 08,16